Manfield stürmisch, naja. Mal gucken, was das für welche sind. Kennen wir ja schon, haben wir schon mal gegen gespielt. Torwart führt uns gerade entgegen. Swerby. Ja, ich glaube, das sieht bisher schon sehr gut aus. Aber wer weiß, ist noch alles drin. Jetzt sind richtig gepolzt. Naja, überhaupt nicht. Parade. Was macht ihr denn da? Der Ball, der muss in das gelbe Tor dahin. Ja, ja, genau, genau so. Ja, ja, genau. Schöne Tor. Schön. Aber kein direkter Schuss. 5 zu 0. Ich fühle mich hier wie beim Elfmeter. Nur, was man direkt von der Mittellinie aus den Elfmeter abschießt. Also kein Elfmeter. Naja. So, 7 zu 0. Ich glaube, der Sieg ist uns mittlerweile schon sicher. Ich glaube, der entscheidet euch doch mal. Seck this, lass es. 4 zu 0. 5 zu 0. Ja, ja, nein. Ja, ja, nein. Ich erzähle gerade wieder sehr wenig, aber es ist natürlich wieder sehr, sehr spannend gerade. Ja, nein. 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 Ich gucke ja nun privat nur gar keinen Fußball, ne? Aber dieses Autoball hier, das ist wirklich fesselnd. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Jawohl, sehr schön, sehr schön Das können wir nicht auf dem Sitzen lassen So los, rein damit Jawohl Sehr schön Na bitte Geht doch endlich wieder Poncho Und gern ein weiteres Jawohl 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 Gut Ja Ja Sehr schön Auch das wird eins Na ja, 11 zu 1 Ich kann nicht behaupten, dass ich ein Torjäger bin, aber na ja Bestenfalls beim Anstoß, aber auch nicht immer 2 zu 2 13 zu 2 13 zu 2 14 zu 2 Eine erstaunliche Meisterschaft 15 zu 2 Alter, immer beim Anstoß Alter, immer beim Anstoß Ich weiß auch nicht, was das ist Also Ich glaube, mit richtigen, echten Gegnern würde das nicht so passieren Da würde ich wahrscheinlich definitiv abstinken Ganz besonders mit dieser KI-Chaos-Truppe Ganz besonders mit dieser KI-Chaos-Truppe 16 zu 2 Ich weiß es nicht Was ist das für eine Meisterschaft? Jawohl 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 Jawohl, 19 zu 2. Ich glaube, diese Meisterschaft werden wir wohl gewinnen. 20 zu 2, 18 zu 1 hatte ich schon, aber 20 zu 2. Über 20 Toren, aber auch nicht in der Meisterschaft dann, sondern im normalen Spiel, also 2 wieder abgelenkt, sonst wäre das Platz das 21. geworden. Eine Minute noch, das geht. 2, 3, 4 wieder. 2, 3. 2, 3, 4. 2, 4. Ah, Pist. Gewonnen! 20 zu 2. Ich fasse es nicht. Und die Monster sind Champions. Na gut, es war nur gegen eine KI und dann auch noch Anfänger. Ich weiß noch nicht, ob wir als nächstes gleich dann online spielen. Oder ob wir als nächstes eine etwas schwierige Schwierigkeitsstufe nehmen, nämlich die Semi-Profis. Das weiß ich noch nicht. Aber es wird auf jeden Fall nicht die letzte Folge gewesen sein. Die nächste Staffel kann etwas dauern, aber sie kommt bestimmt. Ich finde den Soundtrack ziemlich cool. Aber die KI ist wirklich ein bisschen so wichtig, dass die eigene KI aufs eigene Tor zuhält, während der Ball überhaupt nicht in Gefahr ist. Das finde ich nicht so in Ordnung, aber na gut. Gut, also bis dahin wünsche ich euch noch gute Unterhaltung. Bis dann! Tschüss!